Halt die Paxi Hey, bist du echt? Ja, ja. Das ist eine echte Schlange. Hast du dich leicht genommen? Ja. Nein, das ist eine echte Schlange. So. Dann weiss sie mal zurück. Hallo, Leanne. Willst du noch eine Beide? Da vorne. Hättest du sie mögen? Ja, die lebt nicht. Michel! Wie viel Schlange ist das überhaupt?